meine lieben leute ist recht herzlich gegrüßt hier auf dem kanal von spieker 45 hier wird es ein kleines info ich hatte ja sagen wir mal schon zu neuer ansprache die ich als bundeskanzler gehalten habe gesagt dass es mit den sims weitergehen wird und ich habe jetzt auch eine ganz konkrete idee das wird die sim fans hier bei mir auf dem kanal wo ich glaube dass ich da noch ganz schön viele von gibt sehr freuen es wird eine idee die mir ganz gut gefällt die euch vor allen dingen glaube ich sehr viel spaß machen könnte mehr ich will noch nichts zu erwarten aber wir wollen gut wir wollen also es geht auf jeden fall weiter mit den sims das wird allerdings noch etwas dauern liebe das hatte ich ja auch gesagt ich habe es jetzt erst mal komplett deinstalliert von meinem system weil dann lief er so viel schief und ihr habt es ja gesehen und mal gucken wie das Prozent die nächsten Wochen sich entwickeln tut ich habe ja auch noch die gesamte Projekte anlaufen dran der bisher auch ne und nun gut es wird auf jeden Fall weitergehen und ich könnte mir vorstellen dass die beiden anderen das doch wirklich hier du und Taten täte ich finde die Idee gar nicht so verkehrt aber wie gesagt die sind da ist einer mit dabei Spiegel kann sich gut gut ja dann würde ich sagen seid gespannt und es ist wie gesagt amtlich die Sims 3 sind bei Spiegel für die sich noch nicht wieder auferstehen allerdings um naja wie ihr spielkünftempel sich so kennt ein bisschen anders wir gucken das war einfach nur eine kleine Information und ich hoffe in diesem Sinne ab in die Reine liebe Leute durch Wöcker Spiegel vor der Vorhinein über das heißt Ciao meine Freunde